Die Vornamen in Deutschland ist ja immer wieder so eine Sache. Die Geschmäcker gehen da wahnsinnig auseinander, wie ein Kind heißen sollte. Man überlegt monatelang und viele Menschen finden mittlerweile sehr ausgefallene Namen. Ich bin sehr dankbar meinen Eltern für Friedrich Matthias. Ich mag ja Friedrich zum Beispiel sehr gerne. Möchtest du mich Friedrich nennen? Ja, vielleicht Fritz. So heißt mein Papa. Fünf Minuten nach acht, wir reden aber nicht über solche Namen, sondern wir reden über Anakin oder wir reden über Swinette mit Z geschrieben. Es ist eine Menge erlaubt in diesem Land. Ja, es wird immer verrückter und gleich werden wir noch schauen. Es gibt auch schwangere Frauen, wo wir eventuell Tipps, Namens-Tipps uns jetzt geben lassen können. Swinette. Swinette. Finde ich nicht schlecht. Angel Destiny, Sirius Sky, Jacqueline, Prince Great, Sherlock Michael. Kein Name ist zu ausgefallen, keiner zu verrückt, keiner zu peinlich. Hier kann man ein Lied davon singen. In der Uniklinik Mannheim kommen pro Jahr fast 2000 Kinder zur Welt. Täglich lernen die Kinderkrankenschwestern neue Vornamen kennen. Wir hatten letztens Nugget Elif. Wiesen-Chicken-Nugget. Ja, genau. Die Leute werden fantasievoller. Wir suchen nach Abwicklung, suchen nach dem Besonderen. Ich hatte letztens ein Kind, das hieß sogar Hakan Luis, also türkisch und deutsch Kombination. War für dich ja auch lustig als türkisch-stimmige. Kobe Pitsch. Die letzte Zeit kommen wieder echt viele. Außergewöhnliche Namen auf den Markt, sage ich mal. Die Liga der außergewöhnlichen Baby-Names befindet sich im Flur. Unter den Fotos Namen, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Sie meldet die Wünsche der Eltern an die zuständigen Standesämter. Also was ich zum Beispiel hatte, was ich mich auch gewundert habe, dass es so vom Standesamt genommen worden ist, war zum Beispiel Bergstein-Kosmos. Das war Einnahmesucker mit Bindestrich. Und es ging so durch. Im letzten Jahr von deutschen Standesämtern ebenfalls genehmigt. Abgelehnt wurden hingegen West-End, Univers und Ulme. Vorbild für die Namenswahl sind auch immer wieder Sänger, Schauspieler und Sportler. Aber auch Filmfiguren wie Darth Vader oder Hannibal Lecter. Namensrecherche auf einem Spielplatz. Wie heißen die Kleinen hier? Und wie gut ist der Name? Auf Schluss gibt die Kevin-O-Meter-App. Sie zeigt die Wahrscheinlichkeit an, ob Kinder wegen ihres Namens später mit Vorurteilen zu kämpfen haben werden. Sehr skreter. Kevin-Wahrscheinlichkeit 19%. Ah ja, das geht ja doch. Ist noch im grünen Bereich. Ja, das ist okay. Wie heißt du denn? Mila. Mila, aha. Wieso haben Sie denn den Namen ausgewählt? Mila, weil ich früher als Kind immer diese Mila-Volleyball-Spielerin... Kennen Sie die Zeichentrickserie? Nein. Mila, Superstar. Mila, kann lachen. Wie die Sonne überfutschen. 21% im grünen Bereich. Na ja, kann damit noch leben. Eigentlich wollte ich sie ja Irmgard nennen, aber das wäre ein bisschen komisch mit einer türkischen Mama. Wie heißt denn du? Zoe. Zoe. Okay, und wie findest du den Namen? Gut. Gut? Wieso haben Sie denn den ausgewählt? Der heißt Leben und das hat mir ganz gut gefallen, weil ich heiße Kira, das ist Griechisch sozusagen und dann habe ich gedacht, das passt irgendwie, obwohl wir Maya mit Nachnamen heißen. 69%, das ist rot. Okay. Na dann. Schauen Sie weg. Keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Wie heißt du? Riley. Riley. Ich wollte einfach ein bisschen einen anderen Namen. Ganz einfach. 71%. Auch rot. Und jetzt? Und jetzt? Keine Ahnung. Sie heißt ebenso. Ja, was muss dann grün sein? Muss das dann Sophia sein oder Emma? Was ist das bei Jungs Julian oder so? Ja. Also man muss immer schön in der Mitte mitschwimmen sozusagen, dass man grün ist. Julia und Riley, ja, tolle Namen. High five. Tatsächlich sind allem Erfindungsreichtum zum Trotz klassische Namen am beliebtesten. Bei den Jungs waren es 2016 Ben, Paul und Jonas. Bei den Mädchen wurde am häufigsten Mia, Emma und Sophia ausgewählt. Und auch diese Mama hat sich für ihren Sohn einiges einfallen lassen. Also mein Sohn, der heißt Elias, Timothy, Armani. Er hat drei Vornamen. Aber Rufname Elias und da sagt die App, das ist unauffällig. Aber es ist ein Geschwisterchen im Anmarsch mit dem Namen? Joshua. Sonst hieß es, wenn es ein Junge wird, wird es halt ein Joshua. Dann Joshua. Dann müssen wir uns auch gucken. Oh. Ui. 93% Kevin-Wahrscheinlichkeit. Tja. Noch mal überlegen vielleicht? Ja, ich kann ja nur wegen so einer Nagel hier jetzt die Namen wegschmeißen. Auch vor Markennamen wie hier machen einige übrigens nicht Halt. Wichtig, gerade bei der Benennung seines Kindes sollte man keine Fehler machen. Also es gibt zum Beispiel auch den Namen Marie-Joana. Und wenn man das dann halt schnell spricht, das ist dann halt Marihuana. Da muss man halt sehr aufpassen, sollte man sich halt wirklich überlegen. Viele Eltern unterschätzen, wie wichtig die Wahl eines Vornamens ist. Generell gilt, nur weil er ausgefallener und damit seltener ist, ist er noch lange nicht besser. Bis zum nächsten Mal.